Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Endlich wieder fit, zumindest so fit, dass ich wieder Video machen kann, aber es ist ja sowieso nicht viel passiert, außer dass wir bei Bitcoin die 50.000 US-Dollar-Marke gebrochen haben. Wir sind mittlerweile perfekt im Golden Pocket drin, wir haben sogar minimal mal kurz durchbrochen. Ist es jetzt möglicherweise wirklich der Start schon in einem Bullrun oder müssen wir uns damit abfinden, dass nochmal eine größere Korrektur kommt? Ich glaube, das könnte sich alles diese Woche entscheiden. Wir werden jetzt aber erstmal einen kleinen Blick auf das Open Interest werfen, natürlich auch auf die Funding-Rates, was machen die anderen Märkte und dann schauen wir auch, wo es neue Trade-Möglichkeiten bei Bitcoin gibt. Bevor wir jedoch starten, lasst das Video trotzdem schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne mal eure Prognose unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr denkt, der Bullrun hat jetzt angefangen. Ist Sinn da schon ein bisschen die Zeichen bei euch gekommen? Sagt ihr, okay, nee, jetzt muss noch FOMO reinknallen und wir sind mitten im Bullrun? Oder sagt ihr, nee, dauert noch ein bisschen? Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein und wenn ihr noch Bock habt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und auch wenn ihr das Ganze traden wollt und momentan ein bisschen teilhaben wollt an dieser Marktlage, kann ich euch nur meine Partner-Berse Bingings empfehlen. Dort kriegt ihr auch, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, nochmal 50 USDT an Trading-Bonus über den Link. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei knapp 50.000 US-Dollar. Wir sind gestern in der Spitze auf 50.400 US-Dollar gestiegen. Wir haben gestern nochmal einen ordentlichen Anstieg nach oben hingesehen. Kaum haben die US-Märkte aufgemacht und natürlich auch die ETFs, die wieder gehandelt werden. Da habe ich auch nochmal eine kleine Grafik rausgesucht gestern, beziehungsweise wurde in die Gruppe geschickt, wenn ich es jetzt gerade wieder finde. Gestern war wieder sehr, sehr viel los in der Gruppe. Auf jeden Fall, durch die ganzen ETFs haben wir derzeit einfach wieder, ja, ordentlichen Kaufdruck. Wenn wir das mal so sehen, unten die Abverkäufe vom Grayscale Bitcoin Trust zuletzt immer, immer mehr rückläufig gewesen und dafür die Anstiege deutlich höher. Wir haben mittlerweile Celsius, den ganzen FAT, der ist hinter uns. Die wurden mittlerweile alle verkauft, die BTC. Das heißt, wir haben momentan sehr, sehr starken Kaufdruck durch eben diese ETFs. Man sieht es hier schön an der Grafik. In den letzten drei, vier Handelstagen haben wir da einen enormen Anstieg. Mittlerweile gesehen, also sind wir schon auf dem Niveau vom 30. Januar, haben sogar das Niveau vom 30. Januar mittlerweile schon wieder übertroffen. Und das führt natürlich auch dazu, dass Bitcoin deutlich ansteigt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal ganz kurz auf Daily-Sicht ankacken oder mal besser gesagt auf Drei-Tages-Sicht, weil dann können wir auch das Golden Pocket hier schön mit reinnehmen, also Golden Pocket von unserem All-Time-High runter zu unserem derzeitigen, die ich bei 15.500 US-Dollar, ich glaube auch nicht mehr, dass wir das jemals nochmal sehen werden, sehen wir, okay, wir sind jetzt perfekt hier ins Golden Pocket reingekommen. Und das zweite Mal, und das wird auch für mich der Dreh- und Angelpunkt diese Woche sein. Einerseits, wir haben auf den größeren Timeframes natürlich eine Bearish Divergence. Wir sehen, wie das normale Handelsvolumen deutlich, deutlich zurückgeht. Natürlich muss man da auch jetzt ein bisschen unterscheiden. Wir haben sehr hohe Spot-Nachfrage eben durch die ETFs. Aber wir werden uns jetzt gleich nochmal das Open Interest angucken, was auch nochmal hier Aufschluss geben könnte. Auf jeden Fall haben wir momentan eher ein bisschen bearish Anzeichen. Wir sind in einem massiven Widerstandsbereich, das Golden Pocket. Wir haben sinkendes Handelsvolumen, das heißt, wir haben höhere Hochs sinkendes Handelsvolumen, haben wir da schon so eine leichte Divergenz, plus wir haben diese bearish Divergenz. Hier wird es aber ganz, ganz stark auf den Wochenabschluss drauf ankommen. Sollten wir die Woche wirklich hier über sogar 52.000 US-Dollar schließen, erster Step wäre das Golden Pocket, also das heißt über 50.400 US-Dollar. Zweiter Step wäre hier über 52.150 US-Dollar. Sollten wir hier drüber schließen, ist es für mich auf jeden Fall möglich, dass jetzt der Bullrun gestartet ist. Man sieht es draußen, wir haben noch überhaupt keine FOMO. Das heißt, das Retail Money oder auch das ganze News Money ist noch gar nicht wirklich in dem Markt drin. Das heißt, momentan ist wirklich alles über Leute, die schon im Markt drinnen sind, über die Spot ETFs, darüber geregelt. FOMO gibt es momentan noch gar nicht so wirklich und wird dann wahrscheinlich erst kommen, sollten wir hier wirklich diese Woche dann über 52.000 US-Dollar schließen. Dann haben wir einen großen Step in Richtung Bullrun gemacht und können dann auch die nächsten Ziele von sogar 83, 91 oder sogar 100.000 US-Dollar in Angriff nehmen. Aber darüber müssen wir uns erst oder können wir uns erst Gedanken machen, wenn wir wirklich diese Woche hier darüber schließen. Vorher ist das alles immer noch etwas Spekulation. Auf jeden Fall, gehen wir jetzt mal in die kleineren Timeframes rein. Wie sieht es dort aus? Wir haben, wie gesagt, gestern diesen starken Anstieg, kaum haben die US-Börsen aufgemacht, haben wir diesen starken Anstieg hier auf über 50.000 US-Dollar gesehen. Und wenn wir uns mal das Open Interest der letzten Stunden ansehen, sehen wir auch, okay, das hat deutlich, deutlich zugenommen. Auch hier Binance Futures, extrem hoher Anstieg in den letzten Tagen. Auch hier, ganz normal, generell die ganzen Börsen auf Bitcoin, auch sehr, sehr hohes Open Interest. Und auch hier die 24-Stunden-Veränderung nimmt deutlich zu. Der erste kleine negative Punkt, auch von den größeren Timeframes haben wir ja gerade darüber gesprochen, deswegen die kleineren Timeframes haben jetzt auch so ihre kleinen Andeutungen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Funding-Fees an, die auf den großen Börsen Binance, Bybit und auch BingX mittlerweile noch eigentlich voll normal ist. OKX, BitGET und DYDX ziehen hier schon deutlich, deutlich an. Also man sieht es hier oben auch, es nimmt langsam wieder etwas Fahrt aus. Natürlich steigendes Open Interest und steigende Funding-Rates sprechen dann früher oder später für eine Korrektur. Und das kann ich mir hier eben auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier zumindest mal langsam, aber sicher einen Rücksetzer bekommen, was auch meiner Meinung nach sinnvoll wäre, um dann möglicherweise auch weiter steigen zu können. Wie gesagt, wir haben jetzt hier schon diese Doppeltop-Struktur. Wir sind in einem massiven Widerstandsbereich. Könnte dazu führen, dass wir jetzt erst einmal so einen kleinen Rücksetzer sehen. Kurzfristig haben wir hier einerseits noch diese kleine Vektor-Candle, die wir jetzt hier gebildet haben, beziehungsweise wir haben sehr, sehr viele Vektor-Candles, aber wir haben hier diesen R1-Pivot. Das wäre so der erste Step hier nochmal, ein Rücksetzer in Richtung 48.000 US-Dollar zu sehen. Diesen dann möglicherweise sofort wieder aufzukaufen und dann mit einem neuen und frischen Doppeltop hier wirklich eine Korrektur zu starten. Unser Golden Pocket liegt derzeit hier bei 45.700 bis 45.500 US-Dollar. Es wäre auch so der erste größere Korrekturbereich, beziehungsweise hier bis zum 0.786er, wo man dann darüber nachdenken könnte, unsere Long-Position, die ja auch noch offen ist, mit einem Entwür von 40.700 US-Dollar hier nochmal zu verdoppeln und dann auch zu gucken, kriegen wir negative News etc. pp. oder kann hier wirklich dieser Weg nach oben hin fortgesetzt werden, dass wir hier wirklich die Woche über 52.000 oder zumindest erstmal über 50.000 US-Dollar schließen. Das heißt, kurzfristig rechne ich jetzt erstmal so mit einem kleineren Drop nach unten hin, einfach um die Vektoren aufzufüllen, um auch hier diese 4 Stunden Demandzone zu testen, Liquidität zu tanken und dann mit einem frischen Doppeltop entweder möglicherweise hier drüber zu schließen oder dann mit einem Doppeltop, dann können wir hier vielleicht eine kleine Short-Position eingehen und dann eine kleinere Korrektur hier einzusetzen. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier gleiches Spiel extremer Anstieg nach oben hin. Wir haben hier noch keinen Doppeltop. Wir sind von 2.700 US-Dollar noch etwas entfernt hier, aber auch nicht mehr weit. Auch das könnte dazu führen, dass wir hier erst nochmal im Laufe des Tages einen Rücksetzer sehen, auf diese ehemalige Range, zumindest mal hier in dem Bereich der 2.540, dann Doppeltop mit sogar diesem Top hier übertreiben und dann größere Korrektur nach unten hin sehen. Also hier bin ich gleich ein Fahrtweg wie bei Bitcoin derzeit, auch erst nochmal kurz runter, dann höheres hoch und dann eben Korrektur. Ansonsten, wenn wir uns mal so die US-Märkte angucken, alles weiterhin absolut übertrieben. Keine weitere Short-Möglichkeit, wo ich jetzt hier erst einmal sehe. Und Euro gegenüber dem US-Dollar hat den zweiten Take-Profit noch nicht geholt. Der wäre hier oben gewesen beim 0,5er Fibonacci Retracement Level. Knapp verfehlt, aber kann er noch kommen. Position ist weiterhin offen. Ansonsten gibt es wenig zu berichten, auch Goldmarkt weiterhin eher seitwärts gerichtet. Warten wir ab, was Bitcoin macht. Wie gesagt, Short-Möglichkeit ist auf jeden Fall oder könnte sich im Laufe des Tages heute ergeben. Schauen wir mal, was draus wird. Wie gesagt, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt vom Markt aktuell. Schreibt es unten rein und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns eventuell später nochmal. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Nüchtert vielleicht noch aus oder viel Spaß, wenn ihr noch auf Fasching bei euch geht. Und dann hören wir uns spätestens morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypto.